Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei steinemart.tv. Es ist kurz vor dem Wochenende, dementsprechend gehen wir auf die NFC Fight Guide ein, die jetzt am Samstag läuft. Wir wollen mit euch einfach die Kämpfe durchsprechen, unsere Prediction loswerden, vielleicht nur ein, zwei Worte zu den Kämpfern verlieren. Daniel, wir starten einfach rein, würde ich sagen, oder? Ja, absolut. Erster Kampf. Karataev gegen Mubares. Ohne dass ich beide großartig kenne, aber wir wollten das unbedingt mit reinnehmen, weil wir haben Karataev live gesehen in Balingen bei NFC. Und da hat er mir richtig, richtig gut gefallen. Kommt auch aus dem Spitfire Gym. Gute Bilanz, 4 zu 1 und die eine Niederlage nur durch Decision. Alle vier in der ersten Runde dann. Was verrückt ist, seinen ersten MMA-Kampf verloren und jetzt alle vier nachfolgenden Kämpfe in der ersten Runde gewonnen. Dementsprechend echt brandgefährlich. Also das ist wahrscheinlich auch so ein richtiger Banger, mit dem die Fight Card beginnen wird. Genau. Relativ zu Anfang. Und unser Tipp für Karataev in dem Fall. Ja, Mann. Den zweiten Kampf, über den wir sprechen wollen, ist Tobias Balzer gegen Massavra. Das Interessante bei beiden Jungs ist, dass beide nur durch Chokes gewonnen haben. Lass es Anaconda-Choke sein, We're Naked Choke oder Triangle Choke, aber auch durch Choke verloren haben. Dementsprechend erwarte ich... Gute BJJ-Offense oder schlechte Defense oder was? Ja, weil beide so eine gute Choke-Offense haben, aber nicht die beste Verteidigung anscheinend. Wer weiß, ich habe die Kämpfe nicht genau vor Augen. Wird der Kampf durch Chaoce. Erwarte ich eigentlich echt ein spannendes Grappling-Duell. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht wollen sie es auch im Stand austragen. Daniel, was denkst du? Ich glaube auch einfach, weil Massavra auch eine gute Amateur-Karriere hatte. Ich glaube 3-1 oder so als Amateur. Jetzt auch 2-1. Ohne, dass ich das großartig analysiert habe, glaube ich, dass Massavra das macht. Okay. Ich gehe auf Tobi Balza. Wollen wir uns einigen, dass es ein Choke wird? Es wird ein Choke auf jeden Fall in Runde 2. Mehr wissen wir auch nicht. Kommen wir zum nächsten Kampf und zwar im Halbstergewicht. Mirnitsch gegen Magomedov. Tom, die Info haben wir ganz, ganz frisch bekommen. Wir haben gerade gesehen, dass Mirnitsch gegen Magomedov ist. Und du hast eine erschreckende Benachrichtigung oder Info dazu bekommen. Und zwar folgt dein alter Gegner Rasul ihm, was uns dann zu dem Entschluss bringt, dass er gewinnen wird. Weil was der Nachname sagt und die Ringer-Fähigkeiten, die damit einhergehen. Ja, Leute, das ist wirklich leider ein schlechtes Ohm. Ich habe schon gesagt, was das für eine Kraftwirkung auf mich hat. Wenn ich sehe, Rasul Magomedov folgt Magomedov. Wahrscheinlich sind die sogar noch verwandt miteinander, Brüder oder Cousins, wer weiß. Magomedov, der Gegner jetzt von Mirnitsch, hat auch in Abu Dhabi bei der WM gekämpft, wo ich teilgenommen habe, in der Klasse bis 93 Kilo. 12 zu 2 Amateurrekord und auch gegen richtig gute Leute gekämpft. Ein brutaler Grappler, Ringer wahrscheinlich kommt aus dem Ringen. Sehr wahrscheinlich, wir wissen es nicht, aber davon geht man stark aus. Die Ohren sagen alles. Kommen wir vielleicht zum Mirnitsch. Ein Junge, der wirklich starke Gegner bisher gekämpft hat. Unseren Freund Emilio zum Beispiel auch einen guten Kampf hingelegt hat. Also Avdojan, der wahrscheinlich der beste Grappler aus Deutschland, so den hat er verloren. Und gegen Bilogrewic, gegen den Emilio hat es gewonnen. Also wirklich nur Killer. Dementsprechend diese 2-3-Bilanz mehr oder weniger nichts sagen. Das ist eigentlich bestimmt ein guter Kämpfer. Also wie gesagt, die Niederlagen wirklich richtig, richtig gute Kämpfer gehabt. Digger, ich ziehe mal den Hut, ehrlich gesagt. Ja. Vor seinem jetzigen Kampf ist wahrscheinlich die Mentalität, die wir auch bei Adolf gesehen haben. Wir haben in einem anderen Video darüber gesprochen, dass er jeden kämpft, egal gegen wen wird. Ja, kein Fallobst, auf jeden Fall. Das sind schon echte Namen, gerade im Amateurbereich, die haben sich einen Namen aufgebaut. Das sind echt richtig starke Kämpfer. Ich wüsste nicht, ob ich aktuell eh nicht, aber wenn ich lese, ich soll einen Rasul Magomedov kämpfen, würde ich sagen, ey, vor allem so Short Notice, Digger. Ich würde sagen, entspanne ich mal, können wir in einem halben Jahr gerne nochmal angehen. Das ist echt ein Kampf. Ich hoffe, dass er mich überrascht. Er wird auf jeden Fall eine gute Takedown-Verteidigung brauchen. Muss uns dann Striking aufpassen, dass er da nirgendwo reinläuft. Kann aber auch echt ein spannender Kampf werden. Ein krasser Kampf, 93 Kilo sowieso immer sehr interessant. Also müsste ich jetzt, weiß ich nicht, meinen Hafen gut verwenden, würde ich es auf Magomedov. Ohne, dass ich einen Kampf geguckt habe. Aber die Amateur-Bilanz ist so vielsagend. Bei allem Respekt von Mjernic, den wir hier haben und bei dem ganzen Kampfkreis, kann ich mir nicht vorstellen, dass er so einen Kaliber weghaut. Ich gehe auch mit Magomedov. Nach Decision, würde ich sagen. Ja, über Decision wäre ich schon echt stark. Daniel Agaia gegen Benny Bayrami jetzt als nächster Kampf. Tom, deine Prognose? Ich gehe davon aus, dass Daniel Agaia durch Takedown den Kampf an sich nehmen wird. Gute Kontrolle, gutes Ground-and-Pound. Ähnlich wie wir es bei Tony Sippo jetzt gesehen haben. Liebe Grüße gehen raus, ein guter Freund von mir. Der mit Agaia leider nicht so gut umgehen konnte. Beziehungsweise Agaia hat sein Spiel ihm einfach echt hart aufgedrückt. Und ich glaube, ähnlich wird er es auch bei Bayrami machen. Davon gehe ich erstmal aus. Daniel, was sagst du? Ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich glaube wirklich, dass Bayrami nicht die Takedowns verteidigen kann von ihm. Und ich sage mal so, wenn Tony vom Rücken es nicht schafft, Daniel Agaia zu tappen, in ihrem Kampf. Da wir es mit Benny Bayrami erst recht nicht machen, weil Tony ist vom Rücken brandgefährlich. Dementsprechend glaube ich jetzt ein Recht. Einfach über Decision oder Ground. Also ich sage Decision, einfach richtig hartes Ding. Und es sieht leider nicht gut aus für Benny Bayrami, um ehrlich zu sein. Was ich Bayrami aber noch positiv attestieren möchte, genau, ist seine Erfahrung. Ist wahrscheinlich neben Kevin Enz der erfahrenste Amateur, den wir hier in Deutschland haben. Der hat gefühlt jeden Monat an dem Keller gekämpft, ne? Jedes Wochenende, ehrlich. Naja, ganz verrückt. Vielleicht hat er da auch schon einen guten Ringer vor den Fäusten. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann er damit umgehen. Wir werden es sehen. Ich glaube, ein Kampf, der gerade durch die Medien extrem gepusht wurde, wo viele Leute auf jeden Fall hingucken werden. Wahrscheinlich, weil man die Jungs mag oder auch er nicht, aber es gucken trotzdem viele Leute. Ich glaube, es ist perfekt für Agaia. Also vom Matchup her, perfekt für Agaia. Ja, Agaia wird das. Also natürlich, Bayrami ist, glaube ich, im Standteil besser. Aber ich glaube nicht, dass Agaia sich auf den Zirkus einlässt und den einfach ausgrindet. Da setze ich meine Unterschrift. Als nächstes Nosso Pedro gegen Cruz. Und ich hatte das Gefühl, es könnte so ein geheimer Favorit zum Fight des Arms werden. Ich weiß nicht warum. Nosso Pedro. Ein starker, starker Kämpfer, den man schon kennt aus dem Turnierformat von NFC. Und vielleicht auch schon ein Kampf von Zendeli, wo Zendeli ihn zwar berühmt richtig ausgenockt hat, aber nichtsdestotrotz. Da sind wir wieder mit Bauern und Kickboxen. Gegen Cruz, der 10 zu 2 steht. Also wirklich ein erfahrener Mann, schon bei Octagon und so gekämpft. Repräsentiert vom Sayato. Genau, der ist Berliner. Oder kommt der ist Berlin. Trainiert da. Deine Meinung? Ich gehe mit. Also ich glaube auch erstmal, das ist ein Kampf, der Potenzial hat. Auch den Fight of the Night-Bonus eventuell. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall auch gehypt auf den Kampf, weil beide sehr erfahren sind. Ich glaube, es macht Lucas Cruz. Luca Cruz, sorry. Also ich glaube auch. Ich kann mit 10 zu 2, Octagon-Erfahrung. Auch wenn Nosso Pedro, glaube ich, echt gut ist. Also gehe ich da auch mit Cruz. Ich glaube, das ist too much for you. Ja. Leute, willkommen zu den schweren Jungs. Und zwar gehen wir in meine Gewichtsklasse, das Schwergewicht. Wir haben zwei gute Jungs, die aufeinandertreffen. Und zwar David Baleski gegen Simon Schuster. Dass sie Minigolf spielen können, haben wir gesehen. Schauen wir mal, was die Jungs im Käfig machen. Aber man muss auch sagen, Schwergewicht gefühlt wieder am sympathischsten. Die müssen zusammen irgendwie so ein Duell versuchen aufzuschicken. Die haben mal ganz einen Spanzen. Muss man sagen halt. Wahrscheinlich waren die danach sogar noch eine Currywurst essen oder so. Und alle anderen sitzen am Black Table und labern Scheiße. Schwergewicht dann am besten. Ey, ich habe nichts gesagt. Tut mir leid. Naja, auf jeden Fall kommen wir zu den beiden Jungs. David Baleski auf dem MMA Spirit Frankfurt. Ich glaube, Eckerdin hat gerade jemand gesagt, das Gesicht des deutschen Schwergewichts oder so. Ist auf jeden Fall Konkurrenz für mich. Aber wir betrachten das Ganze immer neutral. Sportlich. Wir sind auf den Kampf tatsächlich schon mal eingegangen. Wir haben irgendwann darüber gesprochen. Ich weiß nicht, in welcher Folge das war. Das war, wir hatten sogar ganz mal wohl die größten Talente. Ich glaube bei Question auch bei Q&A. Ja, stimmt. Stimmt. Und zwar. Und warte mal, haben wir das, wir haben das sogar schon zweimal, haben wir das nicht mal, bevor das Match-Up kam. Also guckt da gerne mal vorbei. Wir hatten, glaube ich, mal so einen Podcast aufgenommen, wo wir die größten Talente der jeweiligen Gewichtskasse aufzeigen. Ja. Und da hatten wir über beide gesprochen, haben gesagt, wäre das nicht mal was, wenn die gegeneinander kämpfen. Ja, ich glaube. Und dann ist es. Ja, ich glaube, tatsächlich ein Kampf auf Augenhöhe. Ich glaube, ein spannendes Ding. Waleski steht 2-0, Schuster 3-1. Dementsprechend Schuster ein bisschen mehr Erfahrung. Wobei Waleski auch zwei oder drei Amateurkämpfe, ich weiß nicht, wie Schuster hat. Hat auf jeden Fall ein paar. Ja, was soll man sagen? Schuster, gute Kämpfe bisher geliefert, auch geboxt, gegrappelt. Viel gesehen, auch dass er ringen kann und so weiter. Also meiner Meinung nach ein kompletter MMA-Kämpfer. Bei Waleski hat man bisher nur harte Striking gesehen und Ground and Pound. Ja, die Sample-Size, wie man so schon sagt, ist zu klein, um das richtig beurteilen zu können. Das Ding, genau. Ich erinnere mich, dass wir im letzten Video gesagt haben, wir sehen Schuster vorne einfach, weil wir mehr von ihm gesehen haben und ihn besser einschätzen können. Ja, das ist echt schwierig. Weil im Schwierig kann auch so einiges passieren, ne? Gib mal ab jetzt. Einfach nur so aus der Hüfte geschossen. Ich sag, nach Punkten, Schuster. Also ich habe zwei Szenarien, die das ändern könnte. Entweder Balletscout in der ersten Runde K.O. Oder Schuster macht das über Ground and Pound. Ich gehe aber mit Schuster. Ich sage Anfang dritte Runde Ground and Pound. Egal, wer gewinnt, Gewinner gegen mich. Von daher zum nächsten Kampf. Kommen wir zum nächsten Kampf. Kommen wir zum vorletzten Kampf dieser Fightcard. Wir haben den Kampf schon etwas näher auseinandergenommen in der Analyse. Check das Video von gestern oder vorgestern. Wir sprechen als erstes über den Titelkampf im Welterweight. Ja. Das ist Sandeli-Holodenko. Genau. Wir gehen nicht weiter darauf ein. Wir haben das schon ausführlich gemacht in dem Video. Schaut da auf jeden Fall rein. Daniel, ganz kurz deine Meinung. Sandeli, dritte Runde Ground and Pound. Ich habe nur Sandeli gesagt. Ich habe keinen Finish. Guck mal, habe ich gerade auch schon über Schuster gesagt. Das ist wie so mein Gehirn, der einfach genau das selbe wieder rauskommt. Alle kämpfen gleich. Ich sage vierte Runde Ground and Pound, Sandeli. Sandeli, zweite Runde. Ja, Leute, wir sind beim Hauptkampf des Arms angekommen. Lascha Bramischvili gegen Maurice Adolf. Auch diesen Kampf haben wir etwas näher beleuchtet. Checkt auch gerne dazu das Video, falls ihr unsere Meinung ausführlich wissen wollt. Es gibt echt viele Wege und Möglichkeiten, wie dieser Kampf zu Ende gehen kann. Das ist das Schöne bei diesem Sport. Man kann immer echt viel rätseln und hervorsagen. Aber ganz kurz, Daniel, deine Meinung? Ich glaube, ich habe es davor schon im letzten Video gesagt. Zweite Runde Lascha Ground and Pound, nachdem er ihn hart betroffen hat. Genau. Und ich bleibe bei meiner Meinung nach. Ich bleibe bei meiner Meinung. Erste Runde durch Lascha KO-Sieg und neuer Titelträger. Also ich glaube auch, die neuen Champions der NFC werden sein Lascha und Sandeli. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne mal eure Tipps in die Kommentare. Liken, abonnieren, kommentieren. Wie gesagt, auch für alle Leute, die wir jetzt nicht vorne gesehen haben, wünschen wir trotzdem viel Erfolg. Ist nichts gegen euch. Wir haben einfach jetzt nur so aus der Hüfte geschossen. Wie Tau schon gesagt hat, nein, kommentiert, schreibt ihm eine Nachricht. Schaltet Sonntag ein, wenn wir das Review zu der ganzen Fightcard machen. Auch sehr interessant. Ja, Mann. Das war es. Abonniert den Kanal, folgt Daniel bei Instagram. Bis dann. Folgt ihm und schreibt ihm. Tschüssi. 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 Tschüssi.